Oh mein Gott, mir grauen es schon vor dem ganzen Schmutz und Staub. Ah, Robert. Ah, Grafalco! Ich habe mir erlaubt, die Schlossmauern abzulaufen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier alles zusammenbricht. Wir haben hier überall Schwamm. Schwamm? Ja, aber ich verstehe es gar nicht. Eigentlich sollte doch nur die Fassade saniert werden. Ja, aber was nicht reicht, reicht nicht. Ich habe hier was für Sie ausgearbeitet. Man kann nicht genug Geld in seine eigene Sicherheit investieren. Da haben sogar noch Ihre Urenkel was davon. Hier, halten Sie mal. Ah ja, die Mauer ist ja höher als das gesamte Schloss. Jeder hat das Recht, sich zu schützen. Und diese Hummern hier? Ist das Stacheldraht? Nein, das sind Zahlen drumherum. Herr Grafalco, wenn Sie jetzt nicht eingreifen, wann dann? Das Ganze nennt sich Trumpfwallen. Ja, niemand baut Mauern besser als ich. Glauben Sie mir. Darf ich fragen, wie viel das kostet? Das Doppelte vom Ganzen. Was? Ja, aber Sie können mir auch gerne erst die Hälfte vom Doppelten anzahlen. Die Hälfte von dem, was es sowieso schon kostet. Ah ja, ich, so viel habe ich überhaupt nicht flüssig. Ich meine, der Wald, die Bäume, das Holz muss ja alles erst geschnitten werden. Ja, dann schneiden Sie. Schneiden Sie, schneiden Sie.